na wenigstens ist das team realistisch hallo leute und willkommen zum qualifying hier zum großen preis von montecarlo oder der große preis von monaco in montecarlo so ist es richtig und ja wir wollen natürlich direkt raus und nicht auf den harten reifen um gottes willen sondern auf den weichen da fällt mir ein wir hätten eigentlich gestern auch weiche reifen nehmen können wir haben ja einen satz extra fürs training so schnell raus bevor die strecke voll wird dann wird es nämlich noch schwieriger ich habe schon gesagt nehmt euch macht euch hierzu keine großen hoffnungen dass wir hier irgendwas zählbares rausholen wir werden es versuchen aber ich kann nichts versprechen weil diese strecke ist halt sehr eigen so was ich euch aber versprechen kann ist das nicht nur dass ihr nicht bis freitag warten müsst sondern das ist montag dienstag mittwoch donnerstag die ersten folgen aus dem classic mode gibt da würde ich mich natürlich freuen wenn ihr da auch reinschaut und ja jetzt geht es aber erst mal auf die erste runde also dass ich kann es mir noch vorstellen hier in q2 zu kommen aber das ist schon das höchste der gefühle aber gut die weichen reifen sind schon geiler als die harten gestern so hier haben wir auch öfters mal aus versehen abgekürzt das darf auch nicht passieren aber die runde sieht bis hierhin ordentlich aus wo ist die eigentlich die zweite drs zone hat die nur eine okay diese passage darf man auch mit vollgas fahren aber ich wollte mir meine runde jetzt nicht kaputt machen oder ist die drs zone vielleicht den berg rauf gleich also hier ist ja eine so die zeit war schon besser als gestern eine war zum ende haben wir doch noch ein bisschen verloren glaube ich hier sehe ich nichts mit der es dann gibt es vielleicht nur eine das wäre komisch so und noch mal um drei zehntel verbessert so soll es sein aber wenn selbst der ricciano und der pic uns schlagen dann könnte das ganz übel werden 1 17 oh shit okay oh gott das auto ist durch obwohl wir hier eine halbe sekunde schneller sind fahren wir die runde noch mal zu ende hier kontaktbremse immer gut gut das hat jetzt wirklich zeit gekostet da geht gar nichts leute da mit der lenkung das war eben ex seitdem wir hier rein sind das kann es ja niemandem zeigen oh gott ist das schrecklich ne 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 da haben wir noch mal verloren aber wir müssen noch mal in die box das auto fit machen was war denn da los weil dieser eine idiot da auf der straße war ich glaube das war sogar ein ferrari deswegen hatte ich ein bisschen angst beim vorbeifahren sonst wären wir da voll reingefahren das ist extrem schwierig selbst welche die ein überholen lassen also leute wir müssen hier auf jeden fall noch mal raus und ich habe auch vergessen das fette gemisch einzustellen sollten wir vielleicht auch machen so fettes gemisch und dann lassen wir die beiden kollegen noch mal ein bisschen vorne nach vorne fahren damit sie bloß nicht im weg sind den hinter uns lassen wir auch kurz durch so jetzt müssen wir auch hoffen dass niemand aus der box kommt dann ok jetzt mal los und freie fahrt sehr gut so und oben seht ihr die zwischenzeit zu platz 16 das ist der platz der noch nachts ist in q2 reinschaft vor das war schon ruppig halbe sekunde haben wir vorsprung und da haben wir abgekürzt das habe ich schon gesehen hier haben wir extrem viele probleme das war gestern auch schon so das müssen wir definitiv abstellen ja da haben wir auch ein bisschen zeit verloren also diese kurven kombinationen die sind wir schon mal besser gefahren irgendwann zumindest mal wahrscheinlich im letzten let's play wieso kommt denn der dann nicht mehr rüber die lenkung ist doch echt ach jejeje so hier sind wir jetzt gut durch aber wir müssen noch eine halbe sekunde aufholen auf den botas müsste das sein ich traue mich jetzt nicht zu gucken 1 19 2 nee und das sieht auch nicht nach einer bestzeit aus da ist der botas schon wieder oje 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 wo wir überall anecken aber das ist monaco so gehört sich das ja ok da wird nichts mehr kommen ah das darf doch nicht sein wenn wir ausscheiden dann noch nicht auf den siebzehnten das wäre so ärgerlich haben wir noch mal auf fünf minuten haben wir noch irgendwie zeit noch mal raus zu fahren wir haben durch die reparatur des autos zeit verloren oh 27 sekunden das wird nicht reichen ach schade um zwei zehntel verpassen wir hier q2 das ist jetzt wirklich ein bisschen schade auch mensch naja raus fahren bringt nichts mehr wir können es trotzdem noch mal machen ja nicht session sondern ist das schon ausgegraut session option aufgeben neu starten ach wir können gar nicht mehr raus fahren auf die strecke ich bin ja auch bescheuert jetzt ist sie vorbei ach du ja schade leute siebzehnter platz das ist aber immerhin noch besser als 18 19 20 21 22 der hülkenberg ist auf dem zehnten tja wir haben es leider nicht ganz geschafft unser ziel hier zu erreichen aber leute ich habe mir auch nichts vorgenommen vor dem wochenende hier also habt da guck mal eine tausendstel hier der rossberg und der vettel schöner doppelsieg für die deutschen oder doppel doppelpol also nehmt mir macht keine großen macht mir hier bloß keine großen vorwürfe wenn das morgen nichts gibt weil das ist halt ein rennen im jahr was wirklich chaos pur ist vielleicht können wir wieder es schaffen hier so einen renner bruch zu provozieren dann haben wir wenigstens ein bisschen action ich werde es jetzt nicht absichtlich machen aber wir gucken einfach mal wie es denn morgen aussieht wenn wir hier mit 21 anderen die strecke lang preschen ich würde mich auf jeden fall freuen wenn ihr dann auch wieder dabei seid und ja für ich weiß auch nicht ich habe es letztes mal schon mal gesagt ihr werdet auch dienstag montag dienstag mittwoch donnerstag jetzt folgen haben ich weiß nicht ob das nächste woche auch der fall ist jetzt auf jeden fall die kommende woche gibt es jeweils um 12 eine folge aus dem classic mode da würde ich mich auch sehr freuen wenn ihr dann reinschaut und ja wir sehen uns dann in der nächsten folge die kommt dann morgen um 12 mit dem rennen bis dann ciao und ja und ja und ja